Hallo liebe Motorsport-Magazinburg.com Freunde und MotoGP Freaks. Heute gibt es für euch ein Q&A. Ihr stellt die Fragen, wir beantworten sie. Vier Stück haben wir heute rausgesucht. Wenn ihr in Zukunft auch mal vorkommen wollt, dann stellt uns doch einfach eure Frage mit dem Hashtag AskMSM und dann können wir sie vielleicht auch in den nächsten Videos beantworten. Also heute vier Stück. Los geht's! Die erste Frage kommt von Tomatensaftsaft und zwar fragt er oder sie, warum gibt es noch keine aktive Aero, also beispielsweise Flügel, die sich situationsabhängig in ihrer Neigung verstellen können. Der Grund dafür ist relativ einfach und zwar ist das Paragraf 2.4.4.7.8 des technischen Reglements der MotoGP und zwar verbietet er solche beweglichen aerodynamischen Teile. Ich kann euch kurz vorlesen, wie der Paragraf genau aussieht, also aus dem Englischen übersetzt, steht da drinnen. Bewegliche aerodynamische Vorrichtungen sind verboten. Jedes Teil der Verkleidung muss so befestigt sein, dass keine aktive Anpassung möglich ist. Lager oder andere Elemente, die eine beabsichtigte Veränderung in der Form, Ausrichtung oder Position ermöglichen, sind nicht erlaubt. Auch eine passive Anpassung ist nicht erlaubt. Jedes Teil der Verkleidung darf sich um maximal 10 mm verformen, wenn es mit einer kugelförmigen Stahlprüfspitze mit 20 mm Radius einer vertikalen Belastung von 50 Newton ausgesetzt wird. Also kurz gesagt, es darf sich an dem Motorrad nichts bewegen. Ich darf es nicht über irgendwelche Lager oder Gelenke steuern und es darf sich auch nicht zu stark verformen unter zu hohen Geschwindigkeiten oder zu großem Druck. Es darf sich einfach nichts bewegen. Die Teile müssen mehr oder weniger mit der kleinen Toleranz eben von 10 mm müssen die Teile genau gleich bleiben. Egal ob das Motorrad jetzt steht oder ob es 360 kmh hat. Bewegliche Aero ist verboten, wird auch verboten bleiben. Das wäre nur wieder ein weiteres Milliardengrab, dass man da öffnet. Das ist quasi an einem Millionengrad, warum das nicht lieber treiben. Aber kurz gesagt, bringt wenig für die Show, bringt wenig für den Sport, würde zu viel kosten. Deswegen keine bewegliche Aero in der MotoGP. Die zweite Frage kommt von Elinor Riel und zwar ist die Frage, wie viel machen die Mappings? Miller schien ja ein Mappingproblem gehabt zu haben und es klingt so, als hätte ein Programm gesteuert, wie viel Leistung der Fahrer an bestimmten Stellen zur Verfügung hat. Wie viel macht der Fahrer dann noch selbst? Die Frage bezieht sich wahrscheinlich auf den Katar Grand Prix, erste Saisonrenner 2022. Miller hatte da kein Mappingproblem, was er hatte, war ein Elektronikproblem, dass dem Motorrad mehr oder weniger die falschen Standpunkte auf der Strecke vermittelt hat. Also das Motorrad hat geglaubt, es ist woanders auf der Strecke, als es tatsächlich war. Das hat dazu geführt, dass Miller zum Beispiel auf der Stadt Zielgeraden nicht die maximale Leistung hatte, aber an einer anderen Stelle auf der Strecke schon und eigentlich jetzt umgekehrt sein sollen. Und Miller hat dann gesagt, er hat sich, nachdem er das Problem erkannt hat, durch die verschiedenen Mappings durchgeklickt. Er hat gehofft, dass er so das Ganze eben lösen kann. Und es hat dann eben nicht geklappt, hat keine Lösung gefunden und hat das Motorrad abgestellt. Aber es war jetzt kein Problem mit den Mappings. Das ist natürlich die Frage, was machen die Mappings eigentlich? Im Wesentlichen ist es so, jeder Fahrer hat drei Mappings auf seinem Motorrad vorprogrammiert. Die kann er dann mit einem Schalter durchschalten. Im Wesentlichen geht es darum, wie viel Leistung der Motor frei gibt. Also man beginnt das Rennen im Normalfall mit der maximalen Leistung. Und dann, wenn man sieht, entweder die Reifen bauen ab oder ich komme in Probleme mit dem Spritverbrauch, dann kann man eben mit dem Mappings quasi die Leistung ein bisschen runterschalten. Macht entweder der Fahrer selbst, der eben das Gefühl hat, okay, reifentechnisch brauche ich das. Oder er bekommt eben von der Box vom Team mitgeteilt über das Dashboard, dass er auf das und das Mapping schalten soll. Das sieht man auch immer wieder in der V-Übertragung, in den Einblenden, Teamkommunikation, Mapping so und so. Und dann kann der Fahrer das eben verändern. Wie gesagt, Mappings besiegt sich in erster Linie auf die Motorleistung. Dann gibt es noch Parameter wie die Traktionskontrolle. Auch da kann der Fahrer in drei Stufen regeln, wie die eingreifen soll. Und auch bei der Motorenbremse, abgehürzt EEB meistens auf den Displays oder auf den Schaltern. Auch da kann man in drei Stufen regeln, was genau passieren soll. Wie gesagt, was machen die Mappings eigentlich? Wie viel macht der Fahrer selbst? Er kann selbst entscheiden, was gerade in so einem Thema wie Spritverbrauch geht, entscheidet aber im Null für die Box, wann der Eingriff verfolgen soll eben. Also ist gemischt. Entweder das Team entscheidet oder der Fahrer entscheidet am Motorrad selbst. Die nächste Frage kommt von B.E. Und zwar ist die Frage, wann genau verliert man die Concession-Vorteile? Beginnen wir vielleicht damit, schauen wir uns an, was sind die Concession-Vorteile eigentlich? Also es sind Vorteile für wenig erfolgreiche Hersteller in der Vergangenheit. Aktuell betrifft es nur noch Apriljahr. Und das bedeutet, dass man neun statt sieben Motoren pro Fahrer in einer Saison einsetzen darf. Man hat freie Weiterentwicklung bei den Motoren während der Saison. Normalerweise sind die Motoren ja eingefroren. Man darf frei testen mit den Einsatzfahrern. Es gibt keine Beschränkungen, wann, wo, wie auf den Reinstrecken getestet werden darf. Man darf sechs statt drei Wildcats in einer Saison verwenden. Und das ist eben das Programm oder das Paket, das da quasi die Concession-Hersteller erhalten. Wie kann man diese Concession-Vorteile nun verlieren? Verlieren tut man sie, indem man innerhalb von zwei Jahren, zwei Jahren, nicht zwei Saisons, muss man genau lesen im Reglement, wenn man innerhalb von zwei Jahren sechs Concession-Punkte anhäuft. Wie kommt man zu den Concession-Punkten? Die gibt es für erste, zweite und dritte Plätze. Ein Sieg bringt drei Concession-Punkte, zweiter Platz zwei Concession-Punkte, dritter Platz eine Concession-Punkte. Und wenn man eben in zwei Jahren auf diese sechs Punkte kommt, dann verliert man diese Concession-Vorteile. Wann verliert man sie? Auch da gibt es wieder ein paar Details, auf die man achten muss. Das freie Testen, das wird sofort verboten. Das ist mit dem Moment, wo man die sechs Concession-Punkte erhalten hat, ist das weg. Die anderen Regelungen, also mehr Motoren, freie Motorenentwicklung und auch das Recht auf sechs Wildcats, das wird dann erst mit der nächsten Saison schlagend. Also nicht in der Laufenden, sondern erst mit Beginn der nächsten Saison kommen dann auch diese Vorteile weg und man ist auf einem Level mit den anderen Herstellern. Die letzte Frage für heute kommt von Florian König und er fragt, warum hat nur Ducati die Desmodromic und warum baut das niemand nach? Die Zwangssteuerung gibt es nach meinen Recherchen seit den 1920er Jahren. Patente sollten schon längst abgelaufen sein. Ja, ist alles richtig, was der gute Florian da sagt. Ducati ist einziger MotoGP-Hersteller, der die Desmodromic verwendet. Und ja, dieses System gibt es seit den 1920er Jahren. Beginnen wir vielleicht für die Leute, die nicht so ganz tief in der Materie drinnen sind. Was ist eigentlich Desmodromic? Wovon sprechen wir da? Es geht da um die Ventile im Motor. Normalerweise ist es bei einem Verbrennungsmotor so, dass die Ventile über Kipphebel, Schlepphebel, Tassenstößel geöffnet werden und dann eben mittels einer Ventilfeder wieder geschlossen werden. Bei der Desmodromic schaut das Ganze ein bisschen anders aus. Der Öffnungsvorgang läuft eigentlich gleich, aber beim Schließen ist es ein anderer Mechanismus. Es gibt da keine Federn. Die Ventile werden eben bewusst gesteuert, werden mit einer Steuerung geschlossen. Somit spricht man eben auch von dieser Zwangssteuerung, wie es der Florian in der Frage erwähnt hat. Und daher leitet sich auch der Begriff der Desmodromic ab. Kommt aus dem griechischen Desmodromos und heißt so viel wie kontrollierte Bewegung. Also das ist ein Mechanismus der Desmodromic, der eben bei der Ducati im MotoGP-Bike verwendet wird. Wieso macht man das überhaupt? Die Überlegung ist, wir sind ja in der MotoGP mit sehr hohen Drehzahlen konfrontiert. Also wir reden da von ungefähr 18.000 Umdrehungen. Und da kommen wir in einen Bereich, wo es passieren könnte, dass es die Ventilfeder nicht mehr schaffen, die Ventile quasi rechtzeitig zu schließen. Und wenn das eben nicht passiert, wenn dieser Schließungsvorgang nicht rechtzeitig abgeschlossen ist, dann hat man ein großes Problem. Und das kann man eben mit der Desmodromic verhindern. Das ist die grundsätzliche Überlegung, warum man das macht. Es ist ein Sicherheitsthema quasi, um Schäden zu verhindern. Und in der Theorie, weil der ganze Öffnungs- und Schließungsvorgang einfach besser funktioniert, soll es auch mehr Leistung bedeuten. Wenn wir uns die Top Speeds und die Leistungswerte der Ducati in der MotoGP seit Jahren ansehen, dann dürfte da auf jeden Fall was dran sein. Also das ist der Grund, warum man das grundsätzlich macht. Ja, aber wieso baut es dann niemand nach? Ja, das ist die gute Frage, die du Florian gestellt hast. Und die Antwort darauf ist, es gibt eigentlich nicht wirklich triftige Gründe, warum man es nicht auch nachbauen sollte. Es ist so, wir sind noch in einem Bereich, wo es im Normalfall auch mit den Ventilfedern funktioniert. Das sehen wir bei den anderen Herstellern. Motorschäden sind in der MotoGP praktisch nicht mehr, passieren praktisch nicht mehr. Und so ist es so, dass die MotoGP-Hersteller, solange ein System funktioniert, ungern auf ein anderes wechseln. Gerade wenn wir jetzt das Thema Motoren haben, nehmen wir an, ein Hersteller wechselt jetzt über den Winter auf dieses Desmodromics-System, dann müssen die Motoren vor dem ersten Rennen homologiert werden, dann ist die Motorenentwicklung eingefroren und dann merkt man während der Saison, verdammt, das System funktioniert doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann hat man Pech gehabt, dann gibt es keine Motorenentwicklung während der Saison und dann kann man die Saison eigentlich komplett abschreiben. Also ich glaube, dass die meisten Hersteller da einfach ein bisschen Bammel vor dieser Technologie haben. Das ist schon eine große Veränderung, die da stattfindet. Ducati hat damit schon in der Serienfertigung jahrzehnte an Erfahrung. Somit hat man da wahrscheinlich einen gewissen Entwicklungsvorsprung. Bei Ducati ist man sich sehr sicher, was das Thema angeht. Deswegen macht man es bei der Konkurrenz, ist man da wahrscheinlich ein bisschen misstrauisch, ob das wirklich so auf Anhieb richtig funktioniert. Ein weiterer Punkt, der vielleicht dafür sprechen könnte, ist die Wartungsintensität bzw. der Arbeitsaufwand, der damit verbunden ist. Es braucht alles viel mehr Zeit, das Einstellen und so weiter. Das ist ein Punkt, wo man sagen kann, okay, das ist vielleicht an einem Rennwochenende, kann das mal zu Problemen oder kann das mal zu Stress führen. Das ist noch der Punkt, wo ich am ehesten sagen würde, ja, von dem technischen Standpunkt her macht es so gesehen Sinn, vielleicht auf dieses System zu verzichten. Das war's mit unserem Q&A von heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Wie gesagt, wenn auch ihr Fragen habt, einfach ab in die Kommentare unten, Hashtag AskMSM und dann können wir eure Fragen in einem der nächsten Videos beantworten. Von heute war's das. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke und ciao.